Er ist ein Musiker und er hat gesagt, er möchte gerne euch ein kleines Lied vorspielen. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Also, hallo erstmal. Wie der Kollege schon gesagt hat, mein Name ist Prüsk. Ich bin ein Künstler hier aus Verlassing. Ich will auf jeden Fall mal sagen, mich freut es, dass so viele hier sind. Das zeigt, dass die Demokratie auf jeden Fall lebt. Ich habe gestern von dieser Demo hier erfahren und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht einen musikalischen Beitrag dazu leisten will. Und ja, also ich bin Hip-Hopper, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Aber ja, Sozialkritik war schon immer Hip-Hop und ich finde, es geht darum, dass wir als eine Gemeinschaft agieren. Corona versucht uns auseinanderzuhalten, soziales Distancing zu machen. Aber das sollten wir nicht zulassen, weil wir sind eine Gemeinschaft und nur eine gemeinsame Gemeinschaft kann etwas erreichen. Und ja, also ich will auf jeden Fall die Botschaft mitgeben, dass wir zusammenhalten sollten, egal was passiert, egal wie viele noch sich versuchen, hier zu solidarisieren und mit Uniformen das versuchen zu verteidigen. Scheißkopf. Wir machen unser Ding, weil wir eine Gemeinschaft sind. So, einmal bitte die drei. Ja, grüß, okay, cool, ja, von Zeit zu Zeit haben wir keine Zeit für Zeit. Ja, okay, 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 von Zeit zu Zeit haben wir keine Zeit für Zeit. Trotzdem ist es meistens so, dass uns die Langeweile treibt. Leben in nem Riesenlabyrinth, geblickt von Einsamkeit. Manche sehen das Ganze hier als Spiel, doch die meisten sind es als Zeitvertreib. Wie viel Zeit am Bleib beschäftigt, kein sein Leben langweil, wenn man sich durch die Medien drangen, Stress der anderen einverleibt. Klar zu wie Konsumgeilheit, jeder will das Neuste Teil. Egal, der Team einander fehlt, hat noch ne Kleinigkeit. Ey, wir sind nun zufrieden, geben nur einen stummen Schrei. Lassen uns unterkriegen, tauschen unsere Freiheit ein. Während andere den Punkt von ihm durch uns verdienen. Täglich mit nem Jumbo fliegen, verlangt man von uns fleißer Weiden. Und jetzt sag mir, wo da denn noch die Fairness bleibt. Ein System, das seine Maske nicht mal im Entfernen zeigt. Man kann es lieben oder hassen, doch die Wahrheit bleibt. Dies ist eine Menschlichkeit, die sich nun dem Ende neigt. Wir wollten eigentlich nur frei sein. Doch der Preis dafür scheint viel zu groß. Ja, sie wollen, dass wir klein bleiben. Doch ich lass sie hängen wie ein Apostrophen. Ja, sie wollen, dass wir klein bleiben. Und der Preis dafür scheint viel zu hoch. Doch wir lassen nur sich klein reden. Nein, Dickie, wir setzen den Mittelfinger hoch. Go, Corona zeigt, dass ihr alles wieder behindert ist. Und für Freigeister, ihr Platz dahinter gibt, So kam ich zur Erkenntnis, dass das Leben oft beschissen ist. Und du wirklich wohl was reißt, wenn du auch gerissen bist. Viele fühlen sich besser, sehen sie dich unten liegen. Denken Gefühle, machen schwäche anstatt unsolide. Viel zu viele wollen ihren Rat teilen. Wir haben selber forlere Ärsche, als die mit deinem Grabstein. Also scheiß auf dich, man, ich muss weiterziehen. So viele Ziele, aber viel zu wenig Zeit für sie. Ich seh die Zukunft noch verschwommen, die Optrien. Doch in Gedanken zieh ich Luxus an. Givenchy, als du fix sie mit dem heilischen Blick. Distanzier mich von dem Fotzen mit jedem weiteren Schritt. Ich zeig, wie einfach es ist, einfach zu sein, wer man ist. Bloß gib auf eure Eitelkeit, Fick. Guck, wir wollten eigentlich nur frei sein. Doch der Preis dafür scheint viel zu hoch. Ja, sie wollen, dass sie klein bleiben. Doch ich lass sie hängen, wie ein Apostel. Bucke sind sehr wenige, doch unsere Rede bleibt im Endeffekt immer groß. Wir sind Menschen, eine Gesellschaft. Gehen! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020